Hiermit laden wir euch recht herzlich zu unserem Kindersternefest am 21.09.2024 im Bad am Wald in Pösneck ein. In der Zeit von 10 bis 17 Uhr stehen verschiedene Aktivitäten für Jung und Alt bereit. Egal ob Schlemmerzone oder Spielmeile, lasst euch überraschen, was wir euch für tolle Aktivitäten bieten. Hauptfokus liegt allerdings auf unserer Kindertalentshow. Hier können sich junge Talente im Alter von 8 bis 14 Jahren entweder auf unserer Website oder in den verschiedenen Schulen in Pösneck und der staatlichen Regelschule Obburg seit heute, dem 5.08.2024, anmelden. Bei diesem noch nie dagewesenen Event können die Kinder ihre verschiedenen Talente auf unserer Bühne beweisen. Bewertet werden sie dabei von einer professionellen Jury. Seid dabei, denn es gibt tolle Preise zu gewinnen. Und das Beste daran, der Eintritt zu unserem Kindersternefest ist kostenlos. Natürlich möchten wir euch auch zu unserer Abendveranstaltung, unser Sommerclosing, hier im Freibad einladen. Freut euch auf ein aufregendes Lineup mit Black Crowes, Acer und Schondi. Unser Kartenvorverkauf läuft bereits in der Touristeninformation in Saalfeld, Pösneck und Schleitz. Natürlich könnt ihr auch die Tickets bequem über die Internetseite Eventim oder einfach an der Abendkasse erwerben. Kommt vorbei und feiert mit uns. Wir freuen uns auf euch. Beide Veranstaltungen dienen einem guten Zweck. Die Spenden am Nachmittag sowie ein Anteil vom Ticketverkauf gehen an die Kindergärten in Pösneck. Join us for an epic night with two stages of nonstop music and dancing. We need true party warriors to team up with the Panaloa tribe and save the night. Bring your friends and your best energy. let's make this night legendary with